Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6163. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auf Konferenzen oder in Online-Foren vernetze ich mich mit anderen Programmierern. Auf Konferenzen oder in Online-Foren vernetze ich mich mit anderen Programmierern. Es wird wohl noch ein paar Monate dauern, bis wir endlich in unser neues Zuhause einziehen können. Es wird wohl noch ein paar Monate dauern, bis wir endlich in unser neues Zuhause einziehen können. Mit meinen Freunden und Geschäftspartnern halte ich immer Kontakt. Mein Netzwerk erweitert sich täglich. Mit meinen Freunden und Geschäftspartnern halte ich immer Kontakt. Mein Netzwerk erweitert sich täglich. Mit meinen Freunden und Geschäftspartnern halte ich immer Kontakt. Mein Netzwerk erweitert sich täglich. Willst du auch ein Eis? Ich habe dir eins mitgebracht. Willst du auch ein Eis? Ich habe dir eins mitgebracht. Willst du auch ein Eis? Programmierer lernen an der Universität oder im Selbststudium. Ich mache beides. Programmierer lernen an der Universität oder im Selbststudium. Ich mache beides. Programmierer lernen an der Universität oder im Selbststudium. Ich mache beides. Ich bin in der Lage, mich von Selbstkritik zu befreien und mich selbst zu unterstützen. Ich bin in der Lage, mich von Selbstkritik zu befreien und mich selbst zu unterstützen. Was tun wir als nächstes? Kuchen essen oder Boot fahren. Was tun wir als nächstes? Kuchen essen oder Boot fahren. Oder hast du eine andere Idee? In meinem Job ist es wichtig, immer gut gekleidet zu sein. In meinem Job ist es wichtig, immer gut gekleidet zu sein. In meinem Job ist es wichtig, immer gut gekleidet zu sein. Was schreibt er? Das muss ich mir genauer ansehen. So war das nicht abgesprochen. Was schreibt er? Das muss ich mir genauer ansehen. So war das nicht abgesprochen. Was schreibt er? Das muss ich mir genauer ansehen. So war das nicht abgesprochen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020